Das ist die Geschichte eines kleinen, verzweifelten Mädchens. Ihre Eltern sind TV-Junkies und verspotten sie. Die Direktorin ihrer Schule quält und mobbt sie. Ich werde schon beidrehen, was Disziplin bedeutet. Und eins und zwei und eins und zwei und strecken, strecken. Und in den Treib. Schneller. Aufstehen! Matilda. Mutig, frech, verzweifelt, magisch. Kann sie die Schule von der fiesesten Direktorin der Welt befreien? Nur mithilfe einer mitfühlenden Lehrerin, einer Bibliothek voller Bücher und einer Handvoll mutiger Schüler. Das sind doch alles nur widerliche Gröten. Bist du nicht auch eine Grönleitung, Pachtrotter? Ja, das ist Fernspur. Ja, das ist Fernspur. Ja, das ist Fernspur. Leg dich nicht mit diesen Kids an. Revolting Children. Frei nach dem Musical-Erfolg Matilda. Nur diese Woche im Weiz-Erfolgshaus. Von Montag, 23. April bis Donnerstag, 26. April, jeweils 19.30 Uhr. Karten in der neuen Musikmittelschule Weiz 2 Europaallee. Karten in der neuen Musikmittelschule Weiz-Erfolg Matilda.